Bist du Imker oder Brauer? Beides. Das ist das Geheimnis meines Doppelbocks. Dir ist sicher schon aufgefallen, dass Bier in der Stadt meistens wie Pisse schmeckt. Na, da hast du nicht ganz unrecht. Genau das meine ich. Keiner versteht mir was von gutem Geschmack. Überrascht dich das? Tatsächlich sind die sogenannten Brauer heutzutage alle verfluchte Amateure. Und du bist Profi, nehme ich an. Aber sowas von. Gerade ist auch eine gute Zeit für meine Zunft. Die Nachfrage nach Bier ist höher als je zuvor. Brauer ist in den Top Ten der stabilsten Jobs in der Stadt. Direkt nach den Bestattern? Der war gut. Ich habe mich völlig meiner Hefe verschrieben. Und meinen Bienen natürlich. Deinen Bienen? Ja. Kennst du die Geheimzutat des besten Biers der Stadt? Neben Liebe natürlich. Ich nehme an, du wirst es mir gleich sagen. Honig. Und für den besten Honig brauchst du auch die bestgenährten Bienen. Apropos. Kannst du mir vielleicht mit meinen Bienen helfen? Ihnen etwas Zucker geben? Ich habe meine eigenen besonderen Bienenstöcke in der Gegend sehr hoch angebracht, um sie vor Dieben zu schützen. Ich kann's versuchen. Wo genau sind die Bienenstöcke denn? Zuerst musst du die Zuckerpakete finden. Ich habe sie in der Nähe platziert, um sie zu verfüttern. Wenn du die Pakete findest, findest du auch die Bienenstöcke. Es gibt drei, die alle nah beieinander liegen. Der erste befindet sich auf einem Dach in der Nähe. Wenn du in die Richtung des Hauptterminals blickst, kannst du ihn sehen. Der zweite befindet sich auf dem Dach des Hauptterminals unter dem großen Turm mit dem Peacekeeper-Banner. Der dritte befindet sich auf dem Main-Terminal, direkt neben einer der Statuen. Sei bitte schnell. Das Geschäft läuft so gut, dass ich sie in letzter Zeit vernachlässigt habe. Sie verhungern wahrscheinlich gerade. Ich denke, ich bin... Doch eher ein Brauer als ein Imker. Ich denke, ich bin... Ich denke, ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ähm... Hempstoffbehälter erkampt. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.